Attack Speed, Attack Speed, weil du da hast keine AD-Items Ja. Ja. Und vergess nicht Rabadons, ne, da ist auch Attack Speed drinnen. Rabadons? Dass Attack Speed drinnen behindert? Nur ein bisschen. War es ein bisschen behindert oder ein bisschen Attack Speed? Attacke, Demacia, Doranzee. So, easy. Wie heißt das Chang'n, der Item? Konnichiwa. Konnichiwa! Oh, MF stirbt voll schön. Vielleicht kann ich auch platzen lassen. Und wie klappt es bei dir so, Sarah? Sollen wir dich auch noch töten? Ich hab einen 5.5.5. Da kommt ja jetzt noch Doodles mit. Boah, die ist Damage. Gar nichts. Ey, Marvin, du kannst ja auch Rhylice kaufen, ne? Ich will Bua, Rhylice. Ich bleibe mit hier stehen, bis ich mehr Damage mache. Klar, das ist auch ein Fang-Guide. Ich kann ja auch Zeit-Alters kaufen. Ja. Nein! Doodles! Lass ihn! Oh, schf! Oh! Good job! Good job! Doodles, äh, Streedy, möchtest du den Red Buff? Ne, danke. Doch, mach ihn! Ne, mach ihn! Nein, er braucht Blue! Er braucht kein Red, er braucht Blue! Ahaha! Ich bin tot. Ey, guck mal, ich hab 5 Mana Potion und mir extra Tränen gekauft. Mhm. Du hast echt Mana Potion? Ja, es wird wieder Mana aus, ne? Du musst Mana aufnehmen. Das gibt's doch nicht. Ja, alles klar. Das ist eigentlich schon wieder. Waaat, Streedy kommt mit, da klar, easy. Au, Gigi! Ich guck eigentlich, ich wusste es, das hast du hier. Bereitet dir die Minions vor. Oh! Perfekt vorbereitet. Ja, egal. Da ist mein Ultraner. Ja. Na mal, lässt du ihn mal in Ruhe? Oh, ich bin ja auch fast tot. Ne, ich geh weg. Ganz im Kalt, alter. Richtig schön synchron, muss man sagen. Ja. Das haben wir heimlich küpt, gestern Abend. Ja, natürlich, uns anderes hat. Fuck! Nix, alter. Bibi, bleib stehen! Du hast mein Power gekillt, ich komme. Ekelhaft. Oh, 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 oh. Oh, Aua, awa, 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 awa. Was kann Freedom, dwell hole, awa? Wie kann der nichts machen? Oh, soll ich kaum weg? Ja, So knapp, so knapp, so knapp. So knapp, so knapp, so knapp. Nein! Glaub, ey! Hochschuhe. Alles klar, jetzt, jetzt spiel ich ja richtig hier. War das gut? War das gut, Dudle? Week Christian? Okay. Geile Idee. Ja, warte mal. Der passt 186 Rüstung. Okay. Ich kann mich mal die Minutes hinfügen. Sack. Was spielst du für ne Animier? Wenn du sagst, komm mal mit, ich hab ne gute Idee, ich weiß gar nicht, wo du bist. Ja! Auf den Angriff! Den schaffen wir, das kommt schon. Oh mein Gott. Warte, Mann. Der Syntex will mich in nem Bot-Game reporten. Ja, Mann. Das war ein Assi. Das ist ein Assi. Den hätten wir nicht geschafft. Ah, Dreck. Warum hast du mir nicht geheilt, Sarah? Ich hab kein Wetterkill gemacht. Weil ich den nicht ready hab. Das ist ja fies, Sarah. Ehrlich wahr? Ja, ich hab ihn gezählt, Mann! Du lässt mich einfach so sterben. Nur wegen Cooldown. Wirklich.